Ohne uns würde die Welt in Fünsterniske sinken. Regierungen und Imperien kommen und gehen. Aber wir, wir haben der Menschheit von Anbeginn an Sicherheit gegeben. Wir sind das letzte Bollwerk gegen das Böse. Das Böse von dessen Existenz der Rest der Menschheit gar nichts weiß. Also schicken Sie mich in die Hölle. Ein Flugbeladenes Rast. Für Sie sind diese, diese Monster nur böse Wesen, die bezwungen werden müssen. Aber... Ich bin der, der bei Ihnen ist, wenn Sie sterben und Sie wieder zu dem werden, was Sie einst waren. Dраж Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.